jo leute was geht trainingsjacken freddy hier aus dem pokémon universum ich begrüße euch zum zweiten teil der videoreihe pokémon investments anfang 2021 erstmal herzlich willkommen auf diesem kanal ich begrüße dich und euch und ich freue mich natürlich über jeden abonnenten auch entweder hier oder auf instagram da heißt ich trainingsjacken freddy check das mal ab da poste ich jeden tag oder fast jeden tag aktuelle news über pokémon und andere nischen im ersten video habt ihr meine top 2 investments über pokémon bereits gesehen in diesem video werde ich zwei weitere investments über pokémon produkte vorstellen die ich anfang 2021 tätigen werde oder auch getätigt habe entweder es ist was für euch dabei oder auch nicht hört es euch einmal an ihr könnt mir haben in die kommentare schreiben ob ich damit richtig liege oder nicht wie gesagt das ist keine anlagenberatung es ist einfach meine persönliche meinung zu investment möglichkeiten mit pokémon produkten die ich vorgenommen habe im hintergrund seht auch ihr jetzt hier noch mal meine kleine pokémon sammlung wenn ihr euch so was aufbauen möchte so ein kleines buy and hold investment portfolio seid ihr in dem video genau richtig wenn du das erste video noch nicht gesehen hast check es einmal ab und ich verlinke euch das hier und ich wünsche euch jetzt ganz viel spaß mit dem video leute haut rein so leute investment tipp nummer drei und zwar soll jetzt hier alles um das set glänzendes schicksal gehen kurz zur info glänzendes schicksal wird ein erweiterung set ein sonderset sein das heißt es gibt hier wieder mal keine displays wir haben top trainer boxen tin boxen wie kollektionen in collections und das war es eigentlich einzelne booster wird es nur online geben die werden so nicht im einzelhandel verkauft werden das set wird auch verbogenes schicksal 2.0 genannt das ebenfalls ja kleine und große scheinness enthalten kann und es wird ein tolles set sein das set ist sehr im hype sehr gefragt und zur kartenliste wissen wir leider noch gar nichts ja also dafür dass das set im 19 februar in die läden kommen soll wissen wir relativ wenig darüber wir wissen auf jeden fall dass eine glurak wie max shiny enthalten sein wird und ich denke das wird auch wieder hier die money karte sein aber auch die einzelnen kleinen shiny karten die enthalten sind sind für sammler extrem interessant ja welche produkte lohnen sich preislich am meisten wie ihr wisst oder wie ich gerade bereits erwähnt habe wird es keine displays geben das heißt aushängeschild des sets wird wieder die top trainer box sein hier bei dieser top trainer box haben wir jetzt das evoli als print was natürlich auch ein fan favorite darstellt wir haben wieder die zehn booster sowie ein paar extras und die evoli v max promo karte ich denke also die unverbindliche preisempfehlung liegt bei 59 99 dieser box und ich habe das mal runtergerechnet ein booster kostet demnach wenn wir die 59 99 durch zehn booster teilen bei 5 euro 99 logischerweise ich denke aber dass die promokarte circa für zehn euro oder mehr verkauft werden kann die vorbestellung ja läuft noch aktuell wer sich jetzt noch einsichern möchte ist ungefähr bei 99 bis 79 euro dran ich drücke euch die daumen dass ihr da noch was bekommt ich glaube aber dass sich die preisentwicklung von der top trainer box ähnlich verhält wie die von verborgenes schicksal im schlimmsten fall wird die sich verhalten wie von weg des champs da gehe ich aber auch davon aus dass sie ungefähr bei einem in einem jahr falls kein reprint kommen sollte bei ungefähr 130 bis 160 euro liegen wird als zweites set was ich euch ans herz legen kann von diesem glänzenden schicksal wird hier die pikachu wie kollektion sein ja ganz klar pikachu ist ein fan favorite und somit diese kollektion für jeden pikachu pokémon fan eigentlich ein muss wir haben hier enthalten vier booster dann haben wir enthalten diese pikachu promo wie karte und diese xxl karte runtergerechnet haben wir hier 6 euro 24 pro booster ich denke dass die pikachu promo karte die wie karte für also drei bis sechs euro verkauft werden kann und die xxl karte für circa drei euro ich habe mal geschaut bei kartmarkt jetzt seht ihr jetzt hier die angebotenen preise die werden im vorverkauf hier für 35 euro und für ungefähr verkauft der unverbindliche preisempfehlung wäre 24 99 also ist da auch schon wieder ein bisschen höher angesetzt weil die nachfrage natürlich extrem hoch sein wird und keiner genau weiß inwiefern das oder von dem hersteller geliefert werden kann das sind eigentlich so die zwei sets aus diesem glänzenden schicksal die ich persönlich am interessantesten finde natürlich haben wir noch die tin boxen hier mit jeweils shiny promo karten und insgesamt je fünf boostern dann haben wir hier so pin collections und ja das war es eigentlich zum release am neunzehnten zweiten am fünfzehnten oder nee entschuldigung am fünften märz kommen zwei weitere sets von glänzendes schicksal in die märkte und zwar einmal die mini tin boxen und einmal die premium kollektion wer einfach nur booster öffnen möchte denen empfehle ich halt die mini tin boxen ich habe das mal runtergerechnet also die mini tin boxen soll 10 99 kosten unverbindliche preisempfehlung und enthält zwei booster das heißt ein booster wäre für 5 49 zu ergattern und das wäre grundsätzlich so der günstigste preis jetzt verglichen mit allen anderen kollektionen wie gesagt ich empfehle euch hier noch mal zuzuschlagen und euch eventuell diese top trainer box zu sichern als tipp nummer drei ja leute kommen wir zum letzten investment tipp beziehungsweise zur letzten spekulation am 19 dritten kommt das neue hauptset quasi in die läden und zwar schwert und schild kampf stile auf englisch battle styles insgesamt sind hier 163 karten enthalten da haben wir 12 wie karten sechs pokémon wie max und ja mehr als 19 trainer karten natürlich noch viele tolle andere karten und ja hier sehen wir einmal die booster artworks wir haben ja an despotar ushi fuzu und hier noch empoleon wenn man hier auf kartengalerie geht ist noch nicht so viel bekannt zu den enthaltenen karten wir haben ja ja diese karten die auf jeden fall enthalten sein werden wir haben hier eine neue spielfunktion und zwar diese verschiedenen angriffsfunktionen womit ich mich jetzt weiter noch nicht befasst habe ja da das natürlich ein hauptset ist wird es dazu definitiv displays geben und ja man kann jetzt darauf spekulieren ihr seht jetzt hier auf einer ja ist das einfach bei google mal eingegebene seite zur vorbestellung für 118 euro 99 36 display ganz normal wie man es bekommt verschweißt mit 36 booster logischerweise ist verfügbar und ja ob es jetzt ein investment lohnenswert ist hier bei diesem set ist natürlich fragwürdig meiner meinung nach macht es erstmal keinen sinn dieses set als investment zu holen da wir natürlich aber momentan in dieser ausnahmesituation uns befinden mit diesem großen hype der stattfindet kann unter anderem davon ausgegangen werden so wie es jetzt momentan bei farbenschock ist dass die nachfrage wieder mal größer sein wird als die verfügbarkeit und und deswegen macht es meiner meinung nach sinn wenn man jetzt sag ich mal 120 euro über hat sich ein zwei displays davon zu holen und bei release ich sag mal nicht direkt bei release sondern kurz nach release quasi wenn die hauptsächlich ausverkauft sind diese displays die online zu stellen und dann zu verkaufen zu einem höheren preis weil ich könnte mir tatsächlich vorstellen dass das bei diesem set wieder stattfinden wird jetzt habe ich gerade noch die nachricht bekommen dass bei diesem set zumindest in amerika am 19 dritten diese wie max collections auskommen werden und zwar haben wir einmal die blast toys also tour talk wie max kolle battle box so genannte mit ich weiß gar nicht wie viele booster da drin sind aber wir sehen jetzt hier beispielsweise ein booster pack oder zwei booster pack kampfstile einmal schwert und schulds wird entschieden der base und einmal darkness ablaze also flammende finsternis und dann haben wir hier einmal noch komme ich hier wieder raus gucke ich mal eben die dieser floor battle box und da das natürlich die starter pokémon sind und wie jeweils echt coole ja wahrscheinlich sind promo karten ja sind promo karten blackstar promos enthalten sind glaube ich schon dass die sich auf jeden fall auch lohnen werden zu stocken weil die auf lang auf lange sicht definitiv im preis steigen werden hier steht es auf der seite noch dass die 24 99 kosten werden und ich bin gespannt ob die dann auch in den deutschen einzelhandel quasi es schaffen werden aber ich gehe mal ganz stark davon aus und ich glaube dass diese kollektion auf jeden fall auch eine investition auf lange sicht darstellen könnten ja leute das waren meine fünf vier ich weiß gar nicht ich glaube vier investment tipps beziehungsweise meine persönlichen investments 2001 anfang 2021 natürlich erwarten wir dieses jahr noch das 25 jahre jubiläum set wovon ich auch ausgehen werde dass es eine sehr hohe nachfrage geben wird ich freue mich auf jeden fall drauf ich halte euch auf dem laufenden und ja ihr könnt es so machen wie ich ihr müsst es natürlich nicht machen es ist einfach nur eine information wie ich investiere in pokémon karten und ich wollte euch einmal da einen kleinen einblick geben ich wünsche euch alles gute und wenn ihr fragen habt schreibt mir gerne auf instagram über die direkt nachrichten da versuche ich alles zu beantworten leute haut rein